So YouTube, hallo lo und herzlich willkommen zu Geotastic. Wir sind wieder dabei, drei Runden zu machen und herauszufinden, wo genau wir sind. Und ja, lasst uns mal gucken. Unendlich viel Zeit, drei Runden. Wir werden irgendwo abgesetzt bei Google Maps und müssen in dem Spiel hier herausfinden, wo wir sind. Ihr könnt das Spiel übrigens ausspielen. Ist das meiste Free-to-Play, ansonsten Donation, eine geringe reicht, um bestimmte Funktionen freizuschalten. Man unterstützt halt den Support, weil Google echt teuer ist, muss man auch mal sagen. Und wir gehen rein in Runde 1. Und wir haben schon wieder irgendwas Tolles. Hallo, Jäger. Warum ist da eine deutsche Werbung? Choose your travel. Da war eine deutsche Werbung vom Startpunkt aus. Hallo Jäger. Halloween. Jägermeister. Okay, interessant. Jägermeister-Werbung anscheinend. Bisschen verwirrend, nicht wahr? Malta sind wir. Falls sich jemand fragt, wo wir sein sollten. Holiday Center. Come in and taste joy. Supermarket. Es sollte sich ja gar nicht so schwer finden lassen. Also wir haben im Osten Wasser. Also vermutlich irgendwo so. Und wir haben hier eine doppelspurige Straße mit einem Kreisverkehr. Und wo kommt unsere Straße her? Aus dem Süden in etwa. Die Straße verläuft Nord-Ost-Süd-West. Süd-Ost, ja, so. Nee, das ist bebaut. Hier hinten waren wir. Da wissen wir, wie es aussieht. Das kann es nicht sein. Es gibt halt echt viel Strand, nicht? Bei Malta. Es kann so ziemlich überall sein. Ich glaube, wir müssen es ein bisschen mehr eingrenzen. Ich dachte, man erkennt die Stelle vielleicht instant. Weil die so mit dem Kreisverkehr ausgeprägt ist. Zum Beispiel die hier ist es. Da haben wir es doch. Trick E. Marfa. Das verifizieren wir jetzt noch. Schon wieder Malta? War doch erst letztens. Ja, Malta kommt oft. Genau wie San Marino und dafür Dings gar nicht. Hier geht eine Straße rein. Okay. Aber sehe ich die hier? Ja. Okay, das ist die hier. Guardia Police. Checkpoint. Gucken wir. Ja. Poliziar. Ich will trotzdem den Straßennamen verifiziert wissen. Residence Only. Holiday Center. Melia. Melia. Okay. Hier sind wir. Brauche ich gar nicht weiter gucken. Und wir stehen beim Kreisverkehr. Auf der Seite. Hier. Vor der Straße. Dort. Finish. 3,96 Meter. 3,96 Meter. Subi Dubi. Malta ganz schnell abgehandelt heute. Und damit Runde Nummer 2. Und wir sind. In. Ich würde sagen. Lesotho. Oder so. Wir gucken mal. Sonne ist im Norden. Also sind wir im Süden. Das ist schon mal gut. Okay. Wir könnten nur hier lang. Sieht aber sehr ordentlich aus. Könnte. Komme ich nicht weiter. AECO. Service. Office. Ah. Das was wichtig ist. Ist geblurrt. Komplett geblurrt. Okay. Wir kommen nur hier rum. Das ist ein. Gated Community. Kann das sein. Oder so. Das ist so. Eingezäunt gefühlt. Ey. Lass mich auf die Straße. So. Hier können wir auch nur in die Richtung. Hier können wir nicht lang. Oh. Oh. Das könnte echt übel enden. Vigo Park. Peak. Vigo Peak. Ach. Kann ich nicht erkennen. Ja. Südafrika. Na obwohl. Du weißt nicht ob es links verkehrt ist. Du weißt ja nicht wie das Auto ist. Oder hast du ein anderes Auto gesehen schon. Kann ja sein. Dass ich rückwärts fahre gerade. Am Kreisel. Okay. Äh. Bup. Bup. Ja. Schon passiert. Am Kreisel. Äh. Okay. Hier ist blöd. Da ist doch was gut. Oder? Da steht doch was. Hier haben wir es. Ah. Pig. Peak. Pigs Peak. Ja. Pigo Peak. Pigo Peak. Ja. Durch den Bot habe ich kurz nicht aufgepasst. Äh. Rechtsverkehr. Also nicht Südafrika. Außer er fährt einfach gerade nur rechts. Oder so. Die Straßenschilder stehen links von der Straße. Weiß jetzt nicht ob das so viel zu bedeuten hat. Aber dann sind die gerade beide falsch aneinander vorbeigefahren. Aber hier. Linksverkehr. So. Jetzt haben wir es definitiv. Okay. Hier ist alles richtig. In der Seitenstraße macht man anscheinend was man will. Okay. Dann kann es also doch Südafrika sein. Würde auch passen. Pigs Peak. Ja. Ja. Flourish and Grow. Ja. Peace, Wine and Malt. Äh. Es sieht schon sehr ordentlich aus, nicht? Ich denke schon, dass es Richtung Südafrika geht. Maximal. Lesotho oder. Dings. Eventuell sehen wir eine Flagge hier irgendwo. Ja. Wholesale, KK Investment, Cash Only. Also eine gute Ecke, nicht? Sehr viele Läden. Wirkt auf jeden Fall sehr südafrikanisch auf mich. Pigs Peak. Tarsiemens Investment. Blankes Clossing. Furniture. Und dann eher die englische Ecke vielleicht hier unten wieder bei George oder so. Da waren wir schon mal. Ich glaube auch. Aber das habe ich öfter und dann ist es doch woanders. Aber die Ecken sehen teilweise echt identisch aus. Boxero, Superstore. Coochie. Bull Butchery. Manchmal startet man auch einfach nur drei Meter weiter an einer leicht anderen Stelle. Aber es ist eigentlich die gleiche. Where every will is welcome. Wir brauchen noch irgendwie das große Ding, was uns zum Ziel führt, nicht? Pigs Peak Government. Also, warte mal. Also, Pigs Peak scheint so groß zu sein. Das ist ein Douglas. Wir sind auf der Isle of Man. Pigs Peak. Es fühlt sich einfach nach hier unten an. Das heißt nicht, dass es hier unten sein muss. Wobei es... Palm. Palm wären eher auf der Seite, oder? Ich meine, es ist ja eh alles so ein bisschen niederländisch. Englisch sowieso. Aber Peak ist eher englisch als niederländisch. Also, dann eher auf der Seite. Richards Bay. Nee. Nee, wir brauchen mehr. Wir können jetzt nicht ganz Südafrika... Ah! Südafrika durchgehen. Pigs Peak Prison. Polis. Ah, die meisten Sachen, die man braucht, sind nicht zu lesen. Oder ausgeblurrt. Das ist natürlich scheiße. Barber Town. Ich glaube, das ist nicht eine Stadt, oder? Barber Tin. Das kann auch einfach Barber sein. Hier, Malo Tatsche. 38 Kilometer. Havana Resort. Havana Resort? Okay. Damit kann man doch arbeiten, oder? Die sind nämlich relativ groß und eingezeichnet. Ich meine, es gibt auch viele kleine. Aber die großen lassen sich... Lassen sich schnell stecken. Nicht? Wenn das so ein kleiner hier ist, dann hat man natürlich ein Problem. Ja, okay. Sind... Es ist trotzdem zu groß, das Land, nicht? Die haben mehr als zum Beispiel Ghana oder so. Da kann der Trick ganz gut funktionieren. Hier brauchst du Glück, den richtigen dann in der View zu haben. Und dann da ran zu zoomen. Weil auch die Zoom-Stufen echt dreulich manchmal sind. Hier ist Landsberg übrigens. So ein bisschen deutsche Namen sind auch manchmal mittendrin. HW-Qua. HW-Qua. Passt nicht ganz. Okay. Wir brauchen Schilder, die wir lesen können. Und zwar vollständig. Vielleicht in die andere Richtung. Stopp-Shit-Umfahren. M-Babane. Oha. Raid, Raid, Raid. Um die Uhrzeit. Hallihallo, Hallöchen. Schnuckliger-Schnuckli-Raid. Da unten ist ein Schiff auf dem Schild. Oha. Ja, wir sind doch irgendwo am Wasser. Willkommen, willkommen. Hallihallo, Guti. Hallo, Devote-Cutie. Hallo, Schlagsi. Hallo, Schnuggi. Willkommen, willkommen. Mit dem Mega-Raid von elf Leuten. Wir sind mitten auf der Suche in Südafrika nach Pix-Peak. Falls jemand da Urlaub macht, gerne... äh, eine Idee geben. Hallihallo, Hallöchen. Guten Abend. Was habt ihr Schönes gemacht? Schnucki bringt jeden Freitag Jackbox-Action. Ah, in die deutsche Welt. Du hast wieder hier, äh... Party-Jackbox-Party-Dings gemacht. Ja, okay. Nur Blödsinn, ne? Ja, wie immer. Was soll man sonst erwarten, nicht wahr? Danke für den Raid zu so später Stunde. Ja, wir sind, glaub ich, in der 20. Runde. Dreier-Streak-Geotastic. Und gerade in Runde zwei von dreien. Äh, um herauszufinden, wo wir sind. Peter Matrizburg. Ah, nochmal was Deutsches. Die gute Peter Matrizburg. Ja, war wie so ein Pix-Peak. Und oft seh ich Sachen nicht. Lightroom verzweifelt. Ähm, und weint. Innerlich. So, aber im Bambane, dann sind wir doch im Swaziland, nicht? Und dann filmen wir auch das Resort einfacher. Ähm, mal wohne oder sowas. Mivalu? Ja, die haben nicht so viele. Das geht besser. Aber das muss ein kleines sein. Oh, und danke für die Follows. Wer folgt überhaupt? Guti ist gefolgt. Vielen Dank. Schlag, sie ist gefolgt. Super. Danke, danke, danke. Da war Pix-Peak. Ja, ja, ja. Warte, warte, warte. Ihr überfordert mich. Ein geiler Raid. Und dann auch noch muss ich ihr gucken und raussuchen. Hm. Viele von euch sind auch große Geogässer-Fans. Äh, was ist Geotastic im Vergleich zu Geogässer? Gratis. Das ist das einzige Unterschied. Viel Spaß noch und vielen, vielen Dank, Guti. Schlaf schön und danke, dass du da warst. Naja, da sind wir vielleicht hier unten. Oder so. Oder oben. Hier gibt's auf jeden Fall viel Wasser. Vielleicht eine Fähre, die hier rüberfährt. Äh, so. Wenn wir Pix-Peak jetzt nämlich nochmal sehen, dann vielleicht hier oder da. Weiß ich ja nicht, was die für eine Infrastruktur haben. Oder hier. Oder weißt du hier, dass man hier irgendwo eine Fähre einfach nur ansteuern kann. Mäcklische Boge, Wiedersehen, Splatde. Bis dann. Schlaf schön. Hat der Rahmen creepy funktioniert? Ja. Ich hab ihn nicht gesehen. Und hallo Gregor. Ja, okay. Sehr schön. Ich hoffe, er war creepy genug. Äh. Und dann stehen wir irgendwo hier mittendrin, nicht? Wir sind ja von hier runtergekommen. Chatguesser? Nee, das kenn ich nicht. Chatguesser sagt mir nix. Süden. Süden, Süden, Süden. Äh, was habt ihr noch geschrieben? Urlaub im Pix-Peak-Prison hört sich schillig an. Ja, nicht? Das, äh, könnte ich mir auch nicht besser vorstellen. Ist eine sehr schöne Gegend auf jeden Fall. Dafür im Gefängnis zu landen. Ähm, okay. Konzentration. Wir müssen zurück. Wir müssen... Ach, hier konnte ich ja nur nach Süden, nicht? Ah, das Südosten können wir nur fahren. Genau. Und hier ist Ejeko-Share. So, ich kann nur nach Südosten fahren und da kommen wir nirgendwo hin. Hier ist die Fire Station. Hier ist die Police Station. Das ist das... Hospital. Vielleicht ist auch hier, äh, die Fähre drauf. Auf diesen riesigen Wassersee. Okay, aber das ist... Ejeko ist nicht eingezeichnet. Bahari Center. Okay, dann konnten wir nur nach Westen rumfahren. Leichtes Südwesten. Aber jetzt will ich noch wissen, was Shetgasser ist, bitte. Lasst mich doch nicht dumm sterben. Und dann kommen wir nach Nordwesten. Norden. Norden, Osten. Süden, Westen. Nordwesten. Hier kommen wir rauf. Vielleicht sind wir hier drin. Okay. Und wir kamen aus dem... Wir kamen aus dem Osten. Norden, Osten. Also richtig passt das nicht. Vielleicht hier. Dass wir hier sind. Haben wir einen Straßennamen. In Südafrika einen Straßennamen bei so einem Straßen. Und dann geht's runter. Nordwesten. Und dann kommen wir nirgendwo hin. Nach Nordwesten. Okay, Nordwesten ist blöd. Warte, aber was ist hier? Da vielleicht. Das ist... Das ist... CMAC. Y-M-C-A. CMAC. Sehen wir das? Seht ihr das? Siehst du das, Lightrow? Ein Twitch-Chatbot von Geoguessr. Und habe mir einen anderen Streamer. Eine eigens programmierte Version. Da kann jeder Zuschauer mit einem Link auf die Weltkarte klicken. Wo wir uns befinden. Was im Stream sieht. Also da spielt dann jeder. Und nicht nur der Streamer. Und muss nicht nur in eine Lobby rein oder so. Ah, okay. Ja, macht bei mir aber wenig Sinn. Weil ich immer korrekt 100% Pinpointing mache. Und teilweise halt zwei Stunden brauche. Ich habe selten jemanden erlebt außer Lightrow. Der wirklich dabei dran bleibt. Das ist eher so das Problem. Nicht, dass ich das nicht mache. Aber meistens habe ich auch nur einen Zuschauer. Und da lohnt sich sowas halt auch nicht einzubinden. Also wenn dann mal einer reinkommt. Und dann klickt er und dann ist er weg. Ah, fühlt sich halt nicht so gut an. Deswegen habe ich irgendwann für mich einfach selber immer gespielt. Und bin auf das komplette, genaue Pinpointing gegangen. Wenn man natürlich irgendwann einen Zuschauer hat. Und die sagen, ey, das wäre geil. Dann kann man natürlich drüber überlegen. Es gibt auch hier zum Beispiel eine Runde. Wo ihr in den Chat schreiben könnt. Ähm, aber da brauchst du halt mindestens 10 Leute, damit das funktioniert. Das ist halt schwierig umzusetzen. Wenn man nicht eine regelmäßige Crew hat. Sag ich mal. Aber freitags ist hier immer Geotestik-Tag. Also zu 99%. Minus 50%, die ich vielleicht doch auf was anderes Lust habe. Aber ich sehe hier nicht, wo wir sein sollen gerade. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Also nochmal zum Anfang. Sehen wir irgendwas anderes. Ich bin nämlich so ein 1 Meter genau. Ja, das wäre schon cool. 1 Meter. Aber schaffen wir nicht auf. Schlag sie geht pennen. Schlaf schön. Aber ja. Also ich glaube, das was ihr bei GeoGuessr alles extra machen müsst. Hat Geotestik alles mit an Bord. Also da gibt es Lobbys. Es gibt in Chat schreiben und herausfinden, wo man ist gemeinsam. Das gibt es eigentlich alles mit Bestenliste und so. Vielleicht funktioniert es ein bisschen anders. Aber grundsätzlich nicht unmöglich. So. Wir stehen irgendwo West-Ost. Und kommen da raus. Also ich glaube fast. Vielleicht hier. Dann fangen wir nach Westen. Und dann kommen wir hier auf eine größere Straße. Die Nordwest-Norden. Nordwest geht. Und einen Bogen macht. Aber hier sind Häuser. Und die sind bei uns nicht. Ah, ich kann auch nicht nach Südosten. Also das Problem ist, ich kann auch kaum mich hier bewegen. Wir haben nur noch einen eingeschränkten Bewegungsradius. Das ist ein Problem. Ich bin auch raus. Dann schlaf schön, Schnucki. Und danke für den Raid nochmal. Also ich gehe recht in der Annahme. Keiner von euch wohnt im Pigs Peak. Und kann mir genaueres sagen. Oder macht da oft Urlaub. Zum Beispiel. Was ist das hier? Was ist das hier? Warte, da steht was. Pigs Peak. Avalentia Church. Also das ist die Kirche. Sehen wir die. Central High School. Evangelische Kirche. Hier ist Alliance Church. Die Kirche ist auch nicht eingezeichnet. Wir haben das so schnell gefunden. Und jetzt hapert es an sowas. Oh, hier. Free Ever Assembly. Pik, pik. Vielleicht sind wir hier hinten. Pigs Peak Peak. Speak. Einkaufszentrum. Nee, das kann auch nicht sein, oder? Wir fahren ja gerade nach Norden, Osten, Süden, Westen. Nach Nordwesten. So fahren wir gerade. Da muss eine Kirche sein. Im Südwesten. Magistrates Kurt. Ah, der Kurt muss doch eingezeichnet sein. Master of the High Court. Das hier würde ich sagen ist das. Dann kommen wir von hier. Hä? Wir kommen ja vom... Nee, wir kommen von Süden. Also wir fahren nach Norden. Dann müssen wir... Aber wir kommen... Der ist Südwesten. Süden, Westen. Ja. Und wir kamen... Wir sind nach Norden gefahren. So. Und wir kamen aber eben aus der... Aus einer östlichen. Und hier gibt's keine östliche. Oder sind wir wirklich hier unten? Dann sind wir hier unten und sind das gefahren. Das kann auch sein. Ah, hier. Da ist der richtige Kurt. Okay, Master of the High Court. Und da ist Pixpeak Magistrat Kurt. Okay, dann kommen wir hier raus. Ja, das passt besser. Danke. Das ist gut. Das hätte ich echt nicht gesehen heute. Kommen wir da raus. Und wir stehen in der ersten Straße. Nicht? Da kommt nix mehr. Das heißt, wir stehen hier. Wünsche, Sorgen, Bedenken. Passt, oder? Gegenüber von uns ist auch die Straße, in die wir nicht rein können. Aber nicht nach Norden. Hier, nach Norden. Da ist eine Straße. Ja, wenn man die als Straße bezeichnen möchte. Und nach Osten können wir auch nicht rein. Warum auch immer. Passt. Ja. Acht Meter. Ah, gut. Geschenkt. Okay, der Magistrat Kurt. Okay, den hab ich nicht gesehen. Aber. Jetzt geht es weiter. In Runde drei. Und da finden wir heraus, wo wir sind. Oh, Slowenien. Was sagt er? Nee. Robertsstraße. Kieselnweg. So, du weißt ja, wie von Österreich die Schilder aussehen. Ich hoffe, ich hab mir das gemerkt. Ah, es sieht doch schon mal gut aus hier. Traktor und Co. So, Suits. Erstmal müssen wir auf die große Straße. Wir sind in ein Dorf. Das ist gut. In ein Dorf kann man immer gerne sein. Kirschen. Wir sind in Kirschen. Mh. Endlich sind wir in Kirschen angekommen. Kirschen ist wunderschön. Hier ist es echt hübsch. Oder? So richtig schön Kirschen. Vom Brunnenhof. Gönnt euch. Äh, laufen. Ja, wir können auch nach Burg laufen. In Rodersdorf. Hofladen. Dörrobst. Schnäpse. Hm. Okay, wie heißt unser Ort? Das wäre vielleicht noch interessant. Unser Ort heißt... Rodersdorf. General. Okay. Switzerland. Rodersdorf. Rodersdorf. Was interessiert mich, was an irgendeinem Haus steht? Rodersdorf. Das brauchen wir eher. Oberstdorf. Niedersgögen. Oh, das Dorf. Rodersdorf. Wahrscheinlich kommt noch mehr, wenn ich ranzufe, nicht? Boah. Boah. Kommt noch mehr, wenn ich ranzufe? Nee. Doch. Shit. Wenn wir die Straße wüssten, wäre es besser. Ich gehe nochmal zurück. Ich fahre mal in die Richtung. Es ist also manchmal gut, einfach umzudrehen, nicht wahr? Ich bin auch raus. Schlaf schön, Gregor. Schön, dass du auch da warst. Und träume, süß. Von Creepy Ramen. Hohohoho. Ich träume auf jeden Fall heute Nacht von Geotastic. Haus war ein Wegweiser. Ach. Wir finden bessere Hinweise. Okay. Hier finden wir nicht, aber wir haben eine London-Telefonzelle gefunden. Mitten in der Schweiz. Ist hier vielleicht Doktor Who? Hallo? Doktor? Ey, da ist der Doktor. Aber eigentlich hat der doch eine blaue TARDIS und keine rote. Hm. Ich bin skeptisch. Ist das ein Scam? Wir werden es nie herausfinden. Aber hallo, Schweizer Doktor Who. Da ist er. Ah, guck mal. Oh, was für eine Aussicht. Hat sich doch gelohnt, hier hochzufahren. Deswegen spielen wir das doch auch. Aber ich glaube, von hier aus werde ich nicht sehen, was wirkt schon hier wie die Ecke. Warte mal. Richtung Nordosten. Norden, Osten. Sind Berge. Und ein Tal. Rudersdorf. Ja, siehste. Passt doch. Und wir stehen jetzt in der Rotbergstraße. Ecke Kieselweg. Wo ist denn der Kieselweg? Der Kieselweg ist weg. Rotbergstraße. Oder war es Rotberg? Ne, es war doch Rodersdorf, oder? War ich mich schon wieder vertan. In den Reben sei es gewesen. Boah, das ist ja direkt. Kirchgasse, Landkornstraße. Warte mal, war hier Gemeindeverwaltung, der Laden. Ne, das war es nicht, nicht? Ich habe mich wieder verguckt. Mann. Wie ist der Ort? Rotberg, oder? Oder Rot... Rodersdorf. Wenn es Rodersdorf war, dann sehe ich die Straße nicht. Oder es war Rödersdorf, oder sowas. Was haben wir hier noch? Bitzmatzstraße. Nach Norden. Ja. Das passt auf jeden Fall nicht. Dann müssen wir noch mal in die andere Richtung von der Straße aus. Hab ich das nicht gespeichert? Ja. Habe ich doch. Fangen wir mal hier raus, in die Richtung. Nach Osten. Was war da so schönes finden? Ja. Auf jeden Fall schöne Häuser, Radwege. Basel. 17 Kilometer. Guck mal, so steht es dran. Das würde sogar passen. Nach Nordosten. Ach so. Wie hieß der Ort? Ach, das ist der nächste Ort, nicht? Der hier dran steht. Wir sind in Merzellen. Alles klar. Wir sind in Merzellen. Und der nächste Ort war Rodersdorf. Alles klar. Das macht auch irgendwo Sinn. Rodersdorfer Straße. Da haben wir sie. Aber wir standen doch irgendwo... Ja, das ist Merzellen-Mariastein. Gibt es noch... Das Flü... Das passt schon... Halb gut, oder? Die irgendeine Wegweiser am Haus. Wie braucht die denn? Wir brauchen doch sowas nicht. So, Rotbergstraße. Ach so, Rodersdorf. Ne, wir brauchen Rotbergstraße. Äh. Äh. Kieselnweg. Hier, Blitzmannstraße, Rotbergstraße, Kieselnweg. Da sind wir. Habs. Boah. Okay, man muss jetzt verstehen, wie das in der Schweiz funktioniert. Da steht durchgestrichen der nächste Ort, in den du reinfährst. Weil du deinen Ort verlässt, aber der nächste steht dran. Okay. Das heißt, du musst umdrehen, um zu wissen, in welchem Ort du gerade reinfährst. Okay. Die Schweiz. Ein bisschen andersrum mal wieder. Ähm. Gut, der geht nach Norden, nicht? Und wir stehen wirklich... ...an der Kante. Dann gebe ich mir die Kante und sage, 3, 2, 1, Finish. 2,92 Meter und damit kommen wir zu den Final Results. Ja, war eine sehr Nord-Süd-lastige Achse. Wir haben 18.000 Punkte. Wir waren 3 Minuten 36 Malta, sehr stark. Es war Teenie durch den Raid 23 Minuten. Sonst hätte ich ja natürlich nur 15 gebraucht. Nein, natürlich nicht. Und in der Schweiz nochmal 9 Minuten. Das lief doch wunderbar. Ähm. Insgesamt 36 Minuten. Das war doch mal heute noch die schnellste Runde. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Runde wieder. Bis zum nächsten Mal.